Einen guten Appetit noch für all die, die noch am Essen sind. Ja, wie jedes Jahr, beziehungsweise für die, die noch nicht da waren, die die letzten Jahre einfach nur kurz was wir vorhaben. Ich mache es meistens so, ich rede fünf Minuten so ein bisschen über die Sachen, die wir machen im Rahmen vom Blenderverein. Und danach ist einfach quasi ein gemütliches Zusammensitzen. Jeder kann was sagen, wenn jemand irgendwie Projekte vorstellen möchte oder so, kann er das auch gern machen. Also dafür ist die Zeit dann quasi da. Okay, also mein Name ist Thomas Dinges, ich bin der Vorsitzende vom Blenderverein. Wir haben den Blenderverein 2011 gegründet, damals hauptsächlich für unser Forum Blendpolis. Blendpolis ist ein deutschsprachiges Internetforum über Blender. Wir haben knapp an die 10.000 registrierte Benutzer, wobei es in letzter Zeit nicht mehr so viele aktive Threads gibt. Man merkt allgemein, dass Foren an sich ein bisschen zurückgehen und immer mehr Leute halt soziale Medien benutzen. Und dort ihre Arbeiten posten und eben Foren nicht mehr ganz so populär sind oder populär scheinen. Und ja, das ist das eine Projekt, das wir jetzt quasi aufrechterhalten und die Infrastruktur dafür bereitstellen. Und das andere ist der Blenderday, unser alljährliches Treffen in Deutschland. Das ist jedes Jahr eine Konferenz, an der wir uns zwei Tage lang treffen und uns eben austauschen. Es gibt immer Vorträge, Workshops, Wettbewerbe. Und wir machen das Ganze jetzt seit 2009, jedes Jahr. Und wir sind in Stuttgart. Also in den letzten Jahren waren wir jetzt in Stuttgart. Und das war jetzt hier auf dem diesjährigen Blenderday. Ich hoffe, das Internet lässt mich jetzt nicht im Stich. Es hat sich jetzt einfach ganz gut etabliert. Also wir sind jetzt immer so zwischen 50 und 60 Personen jedes Jahr an zwei Tagen. Und es ist immer sehr interessant, einfach zu sehen, was die Leute so mit Blender machen. Und man kann sich halt in Ruhe austauschen und hat sich ganz gut etabliert. Also ich freue mich immer, wenn ganz viele Leute dazukommen. Wir hatten dieses Jahr einen recht schönen Raum in der Jugendherberge in Stuttgart. Er war sehr groß, er war schön klimatisiert und alles. Also es war echt ein Spaß, da zu sein. Wir hätten aber sogar noch Platz. Das heißt, es passen da locker 100 Leute rein. Also ihr könnt gerne auch noch das weitererzählen und so. Wir freuen uns immer, wenn da noch mehr Leute kommen. Es war ein bisschen schade, weil letztes Jahr hatten wir einen relativ kleinen Raum. Das heißt, wir konnten nur 50 Leute reinnehmen. Und da gab es dann viele, die gesagt haben, sie fanden es schade, dass sie nicht mehr reingepasst haben. Aber arg viel mehr hatten wir dieses Jahr dann auch nicht. Wir waren 55 oder so. Also jetzt, wo wir den Raum haben, sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Jetzt würde ich gerne einfach noch kurz ein paar Bilder davon zeigen, aber es scheint nicht zu wollen. Vielleicht klappt es ja doch noch. Dann machen wir es einfach so. Also das, man erkennt jetzt nicht allzu viel. Aber ja, wir haben jetzt hier halt einen schönen Raum gehabt und viele Workshops und Vorträge gehabt. Und es ist immer eine echt schöne Sache an den zwei Tagen. Also wenn ihr wollt, nächstes Jahr, wahrscheinlich im Juli wieder Ticket verkauft, dann immer so zwei, drei Monate davor. Und ja, also wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir decken ja quasi nur unsere Kosten vom Raum und so. Also wir waren jetzt dieses Jahr bei 25 Euro für zwei Tage. Und ja, wir versuchen das auch günstig zu halten. Ja, das wäre es eigentlich so von mir. Ich möchte gar nicht mehr allzu viel dazu sagen. Deshalb würde ich jetzt einfach die Runde eröffnen. Das heißt, wenn jemand irgendwie über irgendwas reden möchte, sei es jetzt Blenderentwicklung. Ich meine, ich bin jetzt seit 2009 auch in der Blenderentwicklung tätig. Wenn es da Fragen gibt, Anregungen, wie auch immer. Vielleicht möchte jemand Projekte vorstellen oder irgendwas erzählen, was er macht. Vielleicht unterrichtet ja Blender jemand an der Hochschule oder so. Okay. Oder macht Projekte damit, die er gern erwähnen möchte. Also ja, von daher bedanke ich mich. Und einfach, wer was zeigen möchte, erzählen möchte, dafür haben wir jetzt quasi Zeit. Ja, gerne. Ich glaube, wir brauchen kein Mikro. Ja, nehmen wir zwei trotzdem. Okay. Okay, klasse. Mich würde interessieren, ob ihr euch untereinander schon austauscht. Ob ihr irgendwie in Kontakt seid, außer dem Treffen. Wenn ihr Dinge macht und dann merkt, irgendwo bräuchtet ihr ein bisschen Rat oder Tat. Wie macht man das? Fragt ihr euch da gegenseitig oder wie geht ihr da miteinander um? Das würde mich interessieren. Ja, das ist unterschiedlich. Ich meine, wenn man Fragen oder Anregungen hat, kann man ja zum Beispiel Blendpolis benutzen als Plattform. Es gibt außerdem Blender Day eigentlich immer relativ viele lokale Gruppen, die sich treffen. Also so Blender-Stammtische zum Beispiel. Wir haben in Stuttgart auch einen. Den haben wir jetzt auch drei oder vier Mal schon gemacht im letzten Jahr. Wo wir uns einfach dann an einem Abend zusammensetzen und laden Leute ein. Und dann kann man sich einfach gemütlich zusammensetzen, über Projekte reden und so. Und das gibt es in vielen Städten. Also in Berlin gab es früher mal was. Ich weiß nicht, ob das noch im Laufen ist. In Nürnberg gibt es ja immer ein aktives Treffen. Hamburg. Wir können vielleicht im Forum einen Thread aufmachen. Oder so eine Karte haben, wo man vielleicht solche Community-Treffen eintragen kann. Dass man einfach weiß, einfach einen Thread, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine User-Gruppe in Ulm, hier einen in Hamburg, hier in Berlin. Und eben mit Link immer zu den aktuellen Daten oder so. Da kann man ja mal schauen. Weil es ist immer ein bisschen schwierig, das Ganze zu finden. Also viele posten es auf unterschiedlichen Seiten. Blender Nation oder wie auch immer. Und ja. Also ich bin übrigens auch sehr offen für Vorschläge, wie man das Ganze wieder ein bisschen beleben kann. Wie gesagt, also wir haben jetzt echt das Gefühl, dass die Anzahl der Leute, die was posten, stark zurückgeht. Also ich meine, es ist jetzt noch nicht so, dass es ausgestorben ist. Aber im Vergleich zu vor zwei Jahren oder so merkt man schon, dass immer weniger Leute posten. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier, das sind alles Threads und Beiträge von heute. Tja, also es ist noch nicht ganz tot, aber es ist jetzt auch nicht sonderlich viel. Also wenn man dann vielleicht einfach ein paar Sachen noch hat, gerade so eine Community-Karte zum Beispiel, wo man dann auch eine Anlaufstelle hat oder irgendwie einen Terminkalender oder was auch immer. Dann, ja, kann man das vielleicht auch machen. Uns fehlt halt bei dem Projekt gerade in erster Linie Webdesigner und Leute, die sich damit auskennen. Wir betreiben schon einen Server. Wir machen halt jetzt auch so Sachen am Forum selber. Aber gerade jetzt das Theme, das Design ist relativ neu vom Julian. Aber ja, größere Änderungen, Anpassungen, da kennt sich bei uns halt einfach keiner aus. Also wenn sich jemand mit zur Webprogrammierung auskennt und da ein bisschen mithelfen möchte, ist es auch jederzeit gern gesehen. Weil ich fände es halt schade, weil dieses Projekt, also Blendpol, es gibt es seit 2003 und hat sich halt relativ gut etabliert, aber irgendwie, ja, schläft es halt ein. Also wenn man da irgendwie neue Impulse schaffen kann, als Anlaufstelle oder so, dann ist es natürlich immer gut. Okay, weitere Fragen, Projektvorstellungen, irgendwas? Ja, hi. Ich bin, ich vertrete jetzt ein bisschen so die österreichische Fraktion hier. Ich bin zwar besprünglich aus Berlin. Okay. Also ich hätte jetzt eh schon gedacht, dass man mich nicht so schlecht sehen kann. Aber ja, ich wollte halt nur kurz ein bisschen berichten, wie die Situation bei mir in Graz aussieht zum Beispiel. Es gibt auch in Graz regelmäßig mal einen Blender Day. Und ich bin zwar bei der Planung davon jetzt bisher noch nicht so richtig involviert gewesen, aber ich war auch schon immerhin mal einmal dabei. Weil das Blöde ist, das Ganze findet meistens immer dann statt, wenn ich gerade irgendwie Unterricht habe oder anderweitig arbeiten muss. Und ja, das ist halt so eine Projektorganisationssache. Aber jedenfalls wollte ich ein bisschen darüber berichten, dass wir in Graz zum Beispiel auch eine kleine, aber loyale Blender-Usergroup haben, die sich einmal im Monat treffen. Und den Vortrag, den ich zum Beispiel gestern gehalten habe, Teile davon habe ich zum Beispiel dort in der Usergroup schon mal vorgestellt und halt immer so ein bisschen die Wasser angetestet, ob das jetzt überhaupt grundsätzlich gut ankommt. Oder ob das so Bullshit ist, der eh schon allgemein bekannt ist quasi. Die Leute sagen, hüpf, um was ist das so kompliziert, geht doch so. Also offensichtlich nicht, aber ja, muss man natürlich auch erst mal rausfinden. Vor allem, wenn man irgendwie frisch reingekommen ist in das ganze Feld, was für mich jetzt irgendwie ein relativ schwieriger Einstieg war, weil eben die Community in Graz einfach nicht so super ausgebaut ist, sage ich mal. Es gibt halt, wie gesagt, ein paar Leute, die sich dafür interessieren. Und mein Kollege Gerhard Sprung, der auch jetzt hier irgendwo unterwegs sein dürfte, unterrichtet zum Beispiel auch Blender bei uns mit auf der FA-Ionium. Und er war in einem anderen Studiengang, beziehungsweise er hat auch ganz andere Voraussetzungen. Er unterrichtet das hauptsächlich für Leute, die aus einem völlig anderen Kontext kommen und die eigentlich aus uns überhaupt nichts mit 3D oder gar Computern zu tun haben meistens. Das ist natürlich ein ziemlich harter Einstieg. So vergleicht man mit einem Schlag ins Gesicht. Aber na gut, ich habe etwas andere Voraussetzungen glücklicherweise als Lehrer, weil 3D-Grafiken und Animation im Bachelor und im Master. Meine Studierenden haben meistens schon grundsätzliches Interesse für das ganze Thema. Und manche kennen sogar schon einige unterschiedliche 3D-Programme. Und jetzt in letzter Zeit, habe ich festgestellt, kommen die Erstsemestrigen teilweise daher sogar schon mit Blender-Erfahrung. Also ich weiß nicht, woher das jetzt quasi kommt, außerhalb von universitärer Bildung, wahrscheinlich aus Eigeninteresse. Und einfach, weil Blender grundsätzlich glücklicherweise durch so coole Projekte wie Gooseberry zum Beispiel einfach Popularität erlangt. Und ich finde es großartig und ich würde es auch cool finden, wenn unsere Grazer-Community irgendwie ein bisschen wachsen würde. Aber es ist halt irgendwie schwer zu kriegen, wenn man eben keine Möglichkeit hat, keine Plattform, um sich ordentlich zu organisieren. Und wie du jetzt auch schon gesagt hast, wenn Blendpol ist zum Beispiel jetzt irgendwie schon Schwierigkeiten hat, sich ein bisschen irgendwie besser zu organisieren zum Beispiel, weil eben dieses Forum als Interaktionsplattform nicht mehr so aktuell ist quasi. Vielleicht könnte man ja aktuellere Wege finden, zum Beispiel über Facebook-Gruppen oder von mir aus Google Plus oder wer auch immer noch irgendwelche anderen Sachen anzubieten hat. Ja gut, Projektmäßig habt ihr ja gestern schon teilweise wahrscheinlich schon gesehen, was ich so gerne mache. Und, ah ja, da fällt mir noch ein, falls noch irgendjemanden interessiert, was ich sonst noch so mache oder ihr gerne vielleicht ein paar Timelapse-Videos sehen wollt von manchen Sachen, die ich gestern gezeigt habe. Ich habe einen YouTube-Channel und da habe ich, ich glaube, sechs oder sieben Timelapse-Videos draufgeladen, davon wie ich zum Beispiel ein komplettes Super Nintendo bis ins kleinste Detail modelliere. Und der Controller, den ich gestern als Screenshot hergezeigt habe, ist auch dabei. Also ich versuche selbst auch ein bisschen eine Community rund um meine Studenten-Home aufzubauen und die Leute also dafür zu begeistern, sich einfach irgendwie ein bisschen zu engagieren und Blender cooler zu finden. Ja? Magst du uns gleich mal zeigen, wie du dein Plastik-Wampenhaus machst, weil der richtig gut aussah? Achso, ja klar. Ist Blender hier drauf auf dem Ding? Darf ich ganz kurz was fragen? Na klar. Studenten. Selber Student. Wie war das beim Curriculum, das durchzubringen, dass ihr mit Blender arbeitet und nicht mit Industriestandard? Das ist glücklicherweise Industriestandard. Ich verstehe schon. Naja, dazu kann ich auch ein bisschen was erzählen. Und zwar mein persönlicher Unterricht findet eigentlich größtenteils in Cinema 4D statt. Im Bachelor zumindest. Im Master setze ich voraus, dass die Leute sich schon mit allem möglichen auseinandergesetzt haben. Und dort steigen wir einfach direkt in Blender ein. Und haben dann in der kurzen Zeit, die wir noch in diesem Master-Wahlfach haben, machen wir dann also quasi die Basics durch, wie man da so grundsätzlich alles bedient, wie man Objekte macht und manipuliert und gehen dann eigentlich direkt in so Sachen wie Sculpting und UV-Unwrapping und auch ein bisschen Painting. Dass die Leute halt einfach schnell irgendwas zustande bringen, wo sie sagen können, wow, das sieht cool aus, möchte ich gerne beibehalten. Das heißt quasi im Curriculum steht Cinema 4D, weil es halt irgendwie von oben noch so makam. Warte. Im Curriculum steht gar nicht, mit welcher Software das gemacht werden muss. Das ist nämlich mein großer Vorteil. Aber das waren nämlich an verschiedenen Hochschulen bei mir. Ich habe auch glücklicherweise einen Chef, der unseren Kollegen, also den Lehrenden, sehr frei überlässt, was gemacht werden soll. Und es steht im Prinzip nur da, nur im Curriculum, welche Themen behandelt werden müssen, aber nicht wie. Das heißt, für die Studenten. Das ist sehr gut, vor allem, was mich auch sehr freut, ist, dass ich die Chance gehabt habe, 2008 das 3D-Curriculum im Prinzip komplett neu zu erfinden. Ich habe vorher genau in dem Studiengang, wo ich jetzt unterrichte, auch selber studiert. Der 3D-Lehrer hat dann irgendwann den Studiengang verlassen, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade fertig geworden bin. Und dann hat der Studiengang halt einen neuen 3D-Menschen gesucht. Ich war gerade da und fand es cool und habe es gemacht. Und habe allerdings den, wie gesagt, den kompletten Studienplan, was diese 3D-Sachen betrifft, komplett umgekrempelt. Und bin jetzt dafür belohnt worden, dass ich letztes Semester jetzt sogar noch ein komplettes zweites Semester dazu bekommen habe. Das heißt also, jetzt ist das Ganze nicht mehr 3D-Grafik und Animation in einem Semester, sondern es ist jetzt 3D-Grafik, Modeling und so weiter am ersten und Animation im zweiten. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das so gut hingekriegt habe. Okay. Ja, ich kann das natürlich machen. Hat jemand zufällig eine Drei-Tasten-Maus da? Ich muss gestehen, ich finde die Touchpad-Bedienung von Blender absolut furchtbar. Und ich finde auch die Numpad-Emulation von Blender leider furchtbar. Aber was soll man auf Notebooks machen, wenn man keinen Numpad hat? Ja, aber ich kann das natürlich mal... Bitte? Ja, ich weiß nicht. Nee. Ich habe mir extra eine Maus gekauft, die eine extra mittlere Maustaste hat, neben dem Rad noch. Die Logitech Anywhere MX ist so ziemlich die einzige Taste auf dem ganzen Markt, die das kann. Alle anderen Logitech-Mäuse haben nämlich auf dieser mittleren Taste irgendwelche Umschaltfunktionen zwischen freiscrollen und nicht freiscrollen. Aber das ist ausgerechnet bei der Logitech Anywhere MX so, dass diese Freiscroll- oder Nichtscrollfunktion auf dem Mausrad selbst liegt. Das heißt, wenn man das Rad klickt, kann man es im Prinzip freischalten oder nicht. Und die Taste, die extra noch dabei ist, ist die mittlere Maustaste. Und das ist so geil für Grafikbearbeitung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr den ganzen Tag interaktiv gearbeitet habt und immer mit der mittlere Maustaste das Rad gedrückt habt, dann tut einem irgendwann der Finger weh, weil die Mausräder meistens so gebogen sind. Und es drückt sich einfach wirklich in den Finger ein und es tut weh einfach irgendwann, wenn man acht Stunden, zehn Stunden dran gesessen hat. Ja, ich mache das mit dem Zeigefinger, glaube ich. Ja, das schaue ich mir jetzt gleich mal an hier. Jedenfalls, deswegen habe ich mir halt extra eine Maus gekauft, die eine schöne flache Taste hat, die sich nicht in den Finger bohrt, wenn man sie den ganzen Tag drückt. Ja? Blendpolis, wo wir uns registrieren können. Und ansonsten würden wir über diese Plattform Kontakt aufnehmen zueinander. Wir hätten dieses Treffen in Stuttgart oder Stuttgart. Gibt es noch andere, die sich hier in diesem Raum irgendwie anders treffen und sich schon... Das würde mich interessieren. Ja, ich stehe dann mal auf. Ich bin ja gar nicht vorbereitet. Also ich ziehe mir was aus den Fingern. Also ich habe, da muss ich mich erstmal entschuldigen. Ich habe nämlich eine Blendergruppe, eine Facebook-Gruppe aufgemacht, die heißt Blender Arts is Germany, weil ich habe nach einer Blendergruppe gesucht, nach einer deutschen, aber ich habe nicht nach dem Suchbegriff deutschsprachige Blender-Community gesucht. Deswegen, darüber sammle ich letztlich auch ja Leute ein, die eben über, die das suchen und das dann über diesen Weg finden. Und ich mache immer regelmäßig mit einem Freund zusammen, der heute leider nicht hier sein kann, in Hamburg Blender-Treffen. Also wir haben jetzt, glaube ich, unser sechstes, siebtes Blender-Treffen gehabt. Wir waren, glaube ich, die ersten drei, waren wir immer zu zweit und saßen da. Aber wir haben gedacht, wir halten durch, bis dann Manuel dazukam. Und ich glaube, nächstes Mal sind wir dann schon zu sechst. Und so wächst das halt langsam. Und genau, du bist auch noch mit dabei. Hm? Was? Was? Aber was wir vor allem im User Group festgestellt haben in Hamburg, ist, dass das Brot, dass ein User Group im Meetup drin ist. Im was? Im Meetup. Das ist so ein Meeting-Portal für User Group. Aber in Hamburg ist es eigentlich der Standard. Und wenn du auf jeden Fall noch eine Feststellung feststellst, weil du da drin gehst, verdoppelt sich einfach die Seite. Weil eigentlich jeder erwartet, dass du in diesem Portal drin bist. Und dann, sozusagen, dass du da drin bist. Was? Wie heißt das? Habe ich noch nicht. Auf Meetup. Achso. Okay. Da war ganz klar einer drin, der die Gruppe gegründet hat, der der einzige Gruppe war und als letztes Aktiv 2012 oder so. Also das ist, ich weiß nicht, ob das aktiv ist auf Meetup. Also ich hatte da auch mal geguckt und halt diesen schon gefunden, der es gegründet hatte und der hat halt nichts gemacht. Der war alleine in seiner Gruppe drinne und hat nichts gemacht. Vielleicht, wenn wir uns jetzt alle da anmelden würden, vielleicht würde es dann mehr dazukommen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, jeder, der aus Hamburg ist, ist dann herzlich eingeladen, da bei uns in der Facebook-Gruppe beizutreten. Dann kommt dann immer die Event-Einladung, wann das nächste Treffen ist, wo das ist. Meistens so einmal im Monat eigentlich. Also ich poste das auch immer an alle anderen Ländergruppen. Das ist die Event-Link, die poste ich immer in jede Ländergruppe, weil auch in der Blender-Artist-Germany-Gruppe steht extra in den Beschreibungen drin, dass das halt eine ergänzende Gruppe ist zu den Gruppen, die es in den Buschen gibt. Das ist schwierig. Man müsste sich vielleicht mal auf einen unskrippenden Kern einigen. Weil es brennt, wo es ist, sind die Leute, die sich noch im Forum unterwegs sind. Und da hat jeder, wir sind ja heutzutage mega verteilt. Also der eine, der nutzt dann irgendwie noch Twitter und ist darüber connected. Dann haben wir jetzt im Moment so eine WhatsApp-Blender-Gruppe, die Manuel gemacht hat von den Leuten, wo er die Handynummer hatte. Finde ich halt auch super. Also es gibt mittlerweile so viele Plattformen. Also wie heißt jetzt diese Facebook-Seite? Die heißt Blender-Artist-Germany. Blender-Artist-Germany. Okay. Okay, dann halte ich mich mal an Facebook. Das habe ich ganz vergessen. Und zwar, ich arbeite bei der Deutschen Angestelltenakademie und mein Chef ist eigentlich auch relativ offen dafür. Und ich wollte auf jeden Fall auch in Hamburg so eine Blender-Schulung anbieten. Also Leute, die das machen würden, die haben wir schon. Es ist einfach nur mal, um das zu streuen und zu gucken. Es kostet letztlich nichts, das einmal online zu setzen und zu gucken, wie die Resonanz ist. Ja, halt auch ein Versuch. Letztlich ist die ja auch deutschlandweit vertreten, die Deutsche Angestelltenakademie. Und dann kann man halt auch sehen, ob da andere mit aufspringen auf diesen Zug und ob es interessant ist oder nicht. Ich bin jetzt ein bisschen altmodisch. Ich habe festgestellt, die beste Möglichkeit, neue Blender-Mitglieder zu finden, ist sie zu unterrichten, und zwar bei Teenagern. Ich habe bei der VHS, jetzt habe ich mal ein bisschen Pause gemacht, aber ich habe bei der VHS so 10, 15 Kurse gemacht, die in Ferien liefen. Das waren Begabtenförderungen. Deshalb haben die nur 50 Euro gekostet, obwohl sie eigentlich vielleicht 100 gekostet hätten. Und ich habe den Jungs innerhalb von 20 Unterrichtsstunden von Start Null die nötigsten Sachen zum Thema Modeling und Game Engine, sodass sie ein kleines Spiel hingekriegt haben, hingekriegt. Ich mache es halt einfach so, dass ich A, 13-Jährige respektieren kann, was auch manchmal bedeutet, ich muss auf deren Level runtergehen, da dürfen mir dann keine Eltern bei zugucken. Aber die Kinder geben mir schlicht und einfach eine Durchschnittsnote von 1,2, wo 1 das Beste und 5 das Schlechteste ist. Und dementsprechend behalte ich dann auch die Köpfe von den Kindern frei, weil sie einfach lachen können und nicht blockiert sind und keine Angst haben. und ich immer da bin, wenn es bei irgendjemandem hakt. Deshalb weiß ich inzwischen auch, wo das Blender-Interface seine ganzen Fallstricke hat. Und ja, inzwischen arbeite ich A daran, diese Kurse komplett zu organisieren, sodass sie eine Struktur haben, dass alle Beispiele, also dass nirgendwo mehr ein Würfel auftaucht, um was zu machen, sondern wirklich gemodelte Sachen, die vielleicht auch wieder lustig sind. Und das Zweite sind zwei andere Projekte, wo ich gerne mit Leuten, die in anderen Städten das machen wollen, mich verbinden könnte, wie man nämlich die Kurse vollkriegt. Die VHS macht das relativ passiv und dann, ja gut, dann passiert es halt, dass ich nur einen Ferienkurs teilen muss, weil zu viele Anmeldungen für eine Klasse da sind. Mit dem System, was ich jetzt gerade aufbaue, kann man in einer kleinen Stadt wie Kassel schätzungsweise 100 bis 150 Stellen ganzjährlich mit Postkarten füllen. Das spart mir mal kurz 14.000 Euro Werbebudget. Was es kosten würde, wenn ich das in kommerziellen Verteilern machen würde. Und ich glaube, das ist natürlich eine Möglichkeit, nicht einfach warten, bis jemand von alleine Interesse hat, sondern echt aktiv Marketing betreiben. Und ganz ehrlich, ich habe kein Problem, das Ganze mit anderen zu teilen, weil wenn ihr Blender in einer anderen Stadt lehrt, was kümmert es mich? Also nicht im Negativen jedenfalls. Im Positiven finde ich es klasse. Und dann hat man plötzlich eine Community von 30, 50 oder 60 Leuten. Einfach eine schaffen. Da kann ich gerne mit behilflich sein. Ich habe auch vor, das irgendwann dann als Franchise anzubieten und zu sagen, okay, 10% vom Gewinn. Nicht mit einer Anfangsgebühr oder sowas. Aber da bin ich für Teamwork offen. Und ich glaube, das ist eine altmodische, nicht Forum. Also Forum gibt es dann auch, aber es ist halt, wie es früher mal war. Man trifft sich tatsächlich. Ich bin inzwischen soweit. Ich habe ja noch ein Mikrofon. Mal gucken, ob das funktioniert. So, und dann schließlich brauchen wir bei Blender meistens beide Hände. Ja? Oh, jetzt müssen wir das Handy nicht röderschmeißen und dann ist alles gut. So. Awesome. Okay, noch nicht ganz. So, jetzt muss ich aber noch aufgucken, dass ich auch das Interface noch sehe. so. Okay, also die Frage war nach dem Plastikmaterial. Und mein erster Schritt bei allem, wo ich ein realistisches Material verwende, ist immer, dass ich eine HDR-Map auf jeden Fall für die Hintergrundbeleuchtung hernehme. Und zwar nicht den regulären Sky, weil der einfach zu wenige Features hat. Wenn man dann eine Reflektion von irgendwas hat, ist die einfach nur mehr oder weniger ein- oder höchstens zweifarbig. Also mein persönlicher Schlüssel für Realismus ist einfach unter einer realen Bedingung zu arbeiten. Das heißt also einfach immer eine HDR-Map reinschmeißen, scheißegal, wie die Auflösung von dem Ding ist. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen runtergeladen von meiner Website, die eine sehr geringe Auflösung hat. Das ist die Originalgröße von dem Bild. Das ist also so eine Küchenumgebung. Das ist aber meine Lieblings-HDR-Map, weil sie ganz unterschiedliche Lichtbedingungen widerspiegelt. Die hat hier nämlich beim Fenster und bei der Tür Tageslicht, das reinkommt, weiß und blau und die hat hier oben außerdem auch noch eine Lampe, die das Ganze gelb und von einer anderen Richtung beleuchtet. Das ist übrigens eine ausgeklappte kugelförmige Map, also eine originale Light Probe von Paul DeBewage. Der wird euch wahrscheinlich was sagen. Jedenfalls habe ich das Ding schon mal mit Cinema 4D in der Equirectangular Map umrechnen lassen, weil leider in Blender die die Light Probes vom DeBewage nicht korrekt ausgewrappt werden. Ich weiß nicht warum, scheinbar hat er da irgendwie noch ein bisschen Ränder rund um die Bilder drum in den HDR-Maps und wenn ich das ausklappe, ist es nicht perfekt Equirectangular, sondern der Horizont macht so eine Kurve. Also habe ich dann einfach die Umrechnungsfunktion von Cinema 4D verwendet, um diese Map also für mich persönlich zu machen und sie ist wie gesagt auf meiner Website bei den ganzen anderen Sachen von dem Blender Conference Talk, den ich gestern gehalten habe. Die Seite hat noch nicht ganz fertig geladen, deswegen fehlen unten noch die anderen Bilder. Aber jedenfalls sind hier diese ganzen Downloads für all diejenigen, die gerne mal das ausprobieren wollen, was ich gestern gebastelt habe. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, ich fange dann jetzt einfach mal an. Der erste Schritt, den ich mache, ist immer wie gesagt einfach ein Background rein. Ich hoffe, wem auch immer der Mac hier gehört, ist nicht böse, dass ich jetzt ein paar Sachen umgestellt habe. So, jedenfalls Background, einfach eine Environment Texture rein. Und da haue ich jetzt mal das Bild rein. Das Ganze ist wahrscheinlich im Home Downloads gelandet oder so. Downloads, Wood Normals, Text, Kitchen Probe. So, in der Regel sind die Einstellungen hier eh schon korrekt, aber eine ganz wichtige Sache, immer auf Multiple Importance schalten, diese HDR Maps, weil die sind einfach nur furchtbar hässlich aussehen. So, wenn ich das jetzt rendere, ist diese spezifische HDR Map immer viel zu hell, die schalte ich meistens auf 0,3 oder sowas. Und jetzt hat man hier zumindest schon mal ein bisschen was, dass man hier sehen kann, wie diese Umgebung ist. Wie gesagt, das HDR Bild selber im Hintergrund ist nicht besonders hochauflösend, aber das ist eigentlich scheißegal für die Lichtumgebung da. Da ist dieses Dinglicht, das Deckenlicht. Und wenn ich jetzt mal nur einen Boden reinpacke, vielleicht sollte man dieses ja noch mal ein bisschen kleiner machen. Was habe ich jetzt gemacht? So, okay, jetzt kann man hier nämlich unten nochmal auf dem Boden schon mal ein bisschen sehen, wie es mit den Schatten aussieht. Ist das auf dem Beamer zu erkennen? Ist ein bisschen überbelichtet, der Beamer, aber nur gut. Jedenfalls, man hat hier einen bläulichen Schatten vom gelben Licht und hat hier die diffusen Schatten vom Fenster und hier ein bisschen schräg weg ist noch ein anderer Diffuser-Schatten von der Tür. Und wie gesagt, das wirkt sich sehr stark auf die Oberfläche aus und ich mache meine Materialien auch immer so, weil einfach wesentlich schneller. So, was wir natürlich auch brauchen, ist, wir müssen die Sample-Rate ein bisschen raufstellen. Sampling, ich schalte einfach das Square-Sampling ein. Damit haben wir gleich mal 100 statt 10 Samples und jetzt geht's auf in den Compositing-Editor. Neues Material habe ich schon gemacht und ich mache auch meistens so eine Sache und zwar dieser Blickwinkel hier, der standardmäßig drin ist, ist für mich persönlich viel zu groß. Jetzt habe ich irgendwie die Texture Space eingeschaltet. Das heißt also, dieser Blickwinkel ist viel zu unpersönlich und zeigt irgendwie viel zu wenige Details. Man muss wahnsinnig nah rangehen, um zu sehen, was man eigentlich baut. Und dann kommt wieder dieses Clipping von der Kamera rein, weil ich meine 10 cm Mindest-Clipping-Abstand ist schon ein bisschen grob. Also mache ich meistens das, gehe hier rein und stelle für die Indenz irgendwas zwischen 90 und 150 Millimeter ein, um einfach ein bisschen näher ranzukommen. Das entspricht eigentlich eher dem, wie wir mit unseren Augen arbeiten. Wenn wir irgendein Objekt vor uns haben, konzentrieren wir uns ja auch drauf, gehen nicht so nah ran, sondern wir haben das in der normalen Entfernung vor uns und schauen drauf und konzentrieren uns drauf. Dementsprechend ist dieser Weitwinkelblick persönlich für mich zum Beispiel in Blender nicht sehr nützlich. So, wenn ich jetzt hier nämlich ein bisschen näher rangehe, dann sieht das schon ein bisschen gesitteter aus. So, natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit auf isometrische Perspektive umzuschalten, wenn man wirklich nah ran muss, aber da hat dann Cycles Probleme. Ja, ja, ich weiß, aber ich habe halt keinen Bock, das jedes Mal umzustellen. Außerdem noch was dazu, wenn man das Clipping auf einen zu kleinen Wert stellt, dann sehen bestimmte Sachen plötzlich nicht mehr korrekt aus. Auch wenn ich das mache, es ist einfach der Bereich muss einfach eine entsprechende Entfernung voneinander haben, damit es richtig dargestellt wird und wenn ich zum Beispiel das untere Ende zu nah ran bringe, ist der Bereich zwar nicht sehr viel größer, aber die Berechnungsgenauigkeit ist plötzlich sehr viel dichter und wenn ich jetzt das Ende quasi näher reinhole, passieren dann trotzdem seltsame Sachen im Viewport. Ja, naja, mein Gott. Ja, ja. Definitiv, ja. Übrigens, noch was, was ich auch unbedingt betonen möchte, wenn ihr irgendwelche realistischen Materialien haben wollt, müsst auch immer bedenken, dass Materialien in der Realität immer eine physische Skalierung haben. Das heißt, ich kann nicht ohne Einheiten arbeiten und trotzdem ein realistisches Material haben. Dementsprechend schalte ich den ganzen Spaß jetzt mal auf metrische Einheiten. Und übrigens ist beim metrischen Einheitenarbeiten ein kleiner Fix von mir in der neuesten Blenderversion drin und zwar, ich habe das Verhalten von Zahlenfeldern zum Sliden gefixt im Verhalten zu Non-Units quasi. Das heißt, wenn man ohne Einheiten arbeitet und hier zum Beispiel in Dimensions irgendwas geändert hat. Okay, jetzt bin ich natürlich ausgerechnet am Boden. So, wenn man also zum Beispiel hier solche Skalierung gemacht hat ohne Einheiten, dann war das halt ja, mit einer gewissen Präzision. Und bei allen früheren Versionen von Blender, vor 2.7.6, war es so, dass wenn man in metrischen Einheiten solche Manipulationen per Klick und Ziehen gemacht hat an den Feldern, dass der Skalierungsfaktor für die Mindestschrittweite um den Faktor 100 zu groß war. Das heißt, dass wenn man dann geklickt und gezogen hat, ist das Ganze plötzlich um ganze Meter größer geworden oder kleiner. Selbst wenn man Shift gedrückt gehalten hat, ist es immerhin noch mindestens 10 cm größer oder kleiner geworden, was komplett unbenutzbar war. Offensichtlich arbeiten nicht sehr viele Leute in metrischen Einheiten in den Blender, weil es wahrscheinlich möglicherweise solche Fehler gegeben hat und mich hat das dann irgendwann so genervt, dass ich einfach im Quellcode gesucht habe, den Stelle gefunden, im Bugtracker gepostet und in der nächsten Version war es gefixt. Also, Glück gehabt. Das Ganze ist überhaupt erst deswegen zustande gekommen, weil man früher diesen Superprecise Editing-Mode hatte mit Shift und Alt. Der ist aber weggefallen in der 2.7.5, weil auf Alt jetzt Multi-Object-Editing dazugekommen ist. Das heißt also, die Alt-Taste ist quasi neu umbelegt worden und superpräzise Editing, das man aber gebraucht hat bei den metrischen Einheiten aufgrund dieses Umrechnungsfehlers, ist weggefallen. Möp. Das heißt also, bei mir war dann die Möglichkeit, Hintergrundbilder auf die richtige physikalische Größe von Objekten anzupassen, plötzlich komplett hinüber. Und dann habe ich natürlich erstmal mit dem entsprechenden Entwickler gesprochen, worum jetzt diese Shift-Altsache weg ist, sondern naja, nee, wird kein Fix geben, weil ist jetzt ein neues Feature auf der Taste. Gut, ja, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, Scheiße, irgendwas muss ich machen, sonst ist Blender für mich nutzlos geworden. Durch nur diese eine Änderung. Ja, wie gesagt, dann habe ich dann zum Glück die Stelle gefunden im Code und konnte das fixen. Gut. Material, schauen wir mal. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier mein HDR-Zeug drin. Vielleicht sollte ich die HDR einfach noch ein bisschen runterdrehen, dass ihr am Beamer besser verfolgen könnt. So ist halbwegs okay, glaube ich, ne? Gut. So, das ist jetzt also meine normale Node hier für das Ganze und machen wir mal den 3D-Cursor weg hier bei dem Ganzen. So, Display, Only Render. Und, ja, mein Materialansatz ist immer beobachten, wie die Realität funktioniert und versuchen, das so nah wie möglich nachzubauen. Und in dem Fall bin ich dann zum Beispiel für mich persönlich auch drauf gekommen, dass eigentlich alles ein Glossy-Shader ist. Scheißegal, ob es diffus ist oder nicht, es ist alles Glossy. Die Menge von Roughness ist anders. Also ich würde sagen, aus Rendering-Performance-technischen Gründen ist es natürlich besser, wenn man sehr hohe Roughness-Werte für irgendwas verwendet, dann stattdessen einen Diffuse-Shader zu nehmen und ich glaube, so ist es auch eigentlich gedacht. Aber grundsätzlich reflektiert alles und es ist immer nur die Frage davon, wie scharf oder wie nicht scharf das Ganze ist. Und ich habe es auch tatsächlich schon hingekriegt, mit einem puren Reflection-Shader ohne Roughness eine diffuse reflektierende Oberfläche hinzukriegen mit einer Bump Map. Also mit einer passend großen und passend skalierten Bump Map exakt den physikalisch richtigen Roughness-Effekt, der übrigens besser ausgesehen hat, als wenn man den Roughness-Shader nach oben gezogen hat. Gut, also machen wir mal den Klassiker. Mix-Shader rein in das Ganze. Schön, dass sich das Ganze auch automatisch offsetet. Diffuse und Glossy. Wenn man jetzt nicht gerade nichts Metallisches macht, bietet es sich immer an, die Glossy-Node ganz auf weiß zu schalten, damit man quasi mit dem Mix-Shader hier einfach im Prinzip die Menge an Glossiness quasi einfach dazurechnen oder wegrechnen kann von dem Ganzen. Und ich fange auch... Oh. Wo ist das jetzt? Alter, jetzt weiß alles... Ja, komm auf den Nichtnamen, ja. Dann machen wir das halt so. View, Show all, so. Okay, there we go. Okay, also ich fange meistens mit einer komplett glänzenden Map an, um einfach auch besser die Bumps beurteilen zu können und schraube dann hinterher den Diffuse-Anteil so lange rauf, bis es cool aussieht. So, nur wie mache ich jetzt die Bump? Ich schere mich bei solchen Sachen absolut nicht um UV-Maps, weil Bumps, beziehungsweise Oberflächenstrukturen, auch keinerlei Nähte haben auf irgendwelchen Objekten. Ich habe da stattdessen eine andere Methode entwickelt, und zwar ich nehme eine Texture-Coordinate-Node und verwende dann den Object-Output davon. Also schauen wir mal kurz. Texture-Noise... Standard-Noise reicht für eine normale Bumpy-Oberfläche, aber falls man irgendwas Krasseres braucht oder so, dann kann man natürlich einen Musgrave nehmen oder so. Gut. Was mache ich als nächstes? Ich brauche unbedingt noch eine Mapping-Node. So. Jo, aber ist ja nicht so schlecht. Man kann ja auch einfach F drücken. Ich weiß. Aber es ist doch wurscht, wie man es macht, wenn es trotzdem schnell ist, oder? Okay, gut. Also wie gesagt, das Ganze ist jetzt zwar hier schon unter Generated verbunden, aber wenn ich Object-Koordinaten nehme, habe ich plötzlich ein Koordinatensystem, das mit dem Objekt passend nicht mit skaliert. Nicht mit skalieren heißt in dem Fall, also wenn ich jetzt dann ein neues Map drauf packe, die ich halt hier vielleicht noch auf eine bestimmte Art und Weise modifizieren kann, wie zum Beispiel das Ganze im Länglichstrecken, was eben alleine mit dem Scale-Faktor hier nicht geht, dann bleibt es quasi in der gleichen physischen Größe, selbst wenn ich das Objekt größer mache. So, schauen wir mal rein. Ach so, Quatsch, da fehlt ja noch was. Da fehlt doch noch eine Bump. So, Color Height, rein in die Normals, nur auf dem Glossy Channel erstmal. Und jetzt sieht man natürlich hier unten schon mal das wirklich extreme Resultat davon. Und jetzt kommt eigentlich nur noch Skalierung. Probieren wir mal am Anfang mit 100. Und mit einer wesentlich geringeren Strength. So, jetzt fängt das Ganze schon langsam an, in die Richtung zu gehen, die ich gerne haben möchte. Und wenn ich das Ganze ein bisschen beschleunigen möchte, dann machen wir halt einfach das da. Eier-Clipping, hallo. So. Gut, ist natürlich immer noch viel zu krass. Üblicherweise haben kleine Oberflächen nicht so viel Oberflächendetail. Das heißt, also die Bumps, die dann in so ganz, ganz klitzekleinen Oberflächen drin sind, brauchen hier also eigentlich fast gar nichts. So. Ich mache das nochmal kurz ein bisschen größer, damit man den Unterschied besser sehen kann. So, Scale, Steuerung mal B. Also wie gesagt, das ist jetzt Detail auf 0. Und wenn ich jetzt Detail auf zum Beispiel mal 1 schraube, dann sieht man, okay, es kriegt ein bisschen fraktal mehr Detail. Detail 2 zum Beispiel hat jetzt schon zu viel für eine kleine Oberfläche. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal daran erinnere, an diesen Tisch, den ich da gestern gehabt habe, mit dieser Münze drauf, das ist eigentlich nicht sehr detailliert. Also schauen wir mal, Detail 1 reicht meistens auch. Aber die Scale ist eben wichtig und da kann man ruhig zwischendurch schon mal auf ganz extreme Werte kommen. Also ich glaube, das krasseste, was ich irgendwann mal mit irgendeinem Material gehabt habe, war ein Scale von 10.000. Distortion lasse ich jetzt erstmal. Komm nicht nah genug ran. Dann machen wir halt noch 150 Millimeter Linse. Oder 200. Dummerweise ist hier 250 das Maximum, glaube ich. Oder bei Kameras ist es das Maximum. Aber hier kann man, glaube ich, höher gehen. So. Das ist jetzt eine Sache. Gucken wir mal, ob der Effekt von Noise, ja genau, Detail 0 ist doch besser in dem Fall, da richtig hinhaut. So, und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir die Strength so lange anpassen, bis die Diffusität davon, so ungefähr das Level hat, dass wir gerne haben wollen. Glücklicherweise kann man das eben alles in Echtzeit ausprobieren. Und jetzt mache ich mal das Experiment. Ich stelle das mal auf 1000. Drehe hier dran rum. Man sieht, es ist jetzt eigentlich eine Rough Oberfläche. Aber man kann jetzt hier eben genau das gleiche machen wie mit dem Roughness Shader. Nur, dass das jetzt hier wirklich physikalisch akkurat ist, im Gegensatz zu dem Roughness Regler, den man bei einem Glossy Material hat. Der Unterschied wird dann sichtbar, wenn man spezifische Lichtformen hat oder besser gesagt bestimmte Schatten oder Reflektionsformen. Ich habe das mal ausprobiert mit einem Tischbein, das auf dem Tisch gestanden hat. Die Reflektion davon ist unten im Prinzip bei, wenn man nur den Roughness Regler verwendet hat, im Prinzip einfach linear einfach immer ein bisschen größer geworden. Aber das ist in der Realität nicht so. Ich habe es einfach mit dem Foto verglichen. In der Realität macht es meistens so eine leichte Kurve nach außen. Und das macht das jetzt. Ah, na ist doch schön. Gut, scale wieder auf, sagen wir mal 100 oder vielleicht 200, je nachdem, was man für eine Plastikoberfläche simulieren möchte. Und jetzt ist es nur noch eine Frage davon, hier umzuspielen mit dem ganzen Spaß, bis der Rest halbwegs sinnvoll aussieht. So. Das ist jetzt natürlich eine 100% saubere Oberfläche. Und in der Regel sind Oberflächen nie 100% sauber. Sondern sie haben an bestimmten Kanten und Ecken und vielleicht nur irgendwelchen Ritzen oder sowas, einfach irgendwelche Dreck- oder Staubablagerungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man das gerne auf seinem Modell haben möchte oder ob man auf so klinisch reine, saubere Renderings steht. Und ich habe mir die Frage natürlich auch schon ein paar Mal gestellt. Und ich habe ja diese eine Wandoberfläche gestern auch noch gezeigt. Und im Prinzip ist das nichts anderes gewesen, als einfach multiple Noises übereinander gelayert. Aber nicht einfach nur exakt die Noise-Output genommen, den ich hier oben hatte, so wie er war, sondern ich habe ihn immer geklampt auf einen Mindest- und Maximumwert. Das heißt also, wenn irgendwie das Noise zu viel oder zu wenig geworden ist an irgendeiner Stelle, das Problem, es ist ja kein Problem, dass Blender den Color-Output auch im negativen Bereich, beziehungsweise mit Werten größer als 255 berechnet. Das ist ja ein Float-Wert, der hier rauskommt und der kann eben auch in den negativen Bereich gehen und auf etwas, das weit über 1 ist. Deswegen haben wir ja auch den Clamp-Brightness-Regler beim Rendern, weil Lichter eben auch heller sein können als weiß. Genau das Gleiche passiert mit dem Noise. Das heißt also, wenn man gerne so etwas haben möchte, wie eine flache Oberfläche, wo zwischendurch mal so nur die Spitzen von einem Noise rausschauen, muss man es klempen. Und ich könnte jetzt zum Beispiel über die Oberfläche hier irgendwie so mehr oder weniger gestreckte Kratzer hinzufügen, indem ich einfach noch einen weiteren Noise-Generator verwende, nur ein paar Pünktchen davon generieren lasse, an verschiedenen Stellen und die zum Beispiel in eine bestimmte Richtung strecke. Soll ich das mal machen? Ja, probieren wir mal. Okay. Okay, dann seine Frage. Ja, und zwar man muss nur eine Helligkeitskurve im Prinzip verwenden, rund um die Bumps, die man schon generiert hat. Das heißt also, man kommt ja, also wenn man eine Bump-Map generiert, dann ist das im Prinzip halt einfach irgendwie so, wenn man von der Seite gesehen so ein Profil. Wenn man das clamped, heißt das, also man hat irgendwo eine flache Area und dann tauchen dort vielleicht noch die Hügel aus dem Ganzen auf. Und das sind ja im Prinzip auch nochmal Helligkeitswerte, die nochmal ein Stückchen heller und wieder dunkler werden. Wenn man da zum Beispiel eine Helligkeitskurve drüber legt, die so ein Profil haben, dass man im Prinzip kurz vorher nochmal einen Knick nach oben macht und dann wieder in der Mitte, da wo es noch heller wird, im Prinzip wieder runterdrückt, dann hat man genau den Effekt. Ich habe auch vor kurzem erst diese Research gesehen, dieses eine Video, wo sie analysiert haben, wie ein Kratzer eigentlich mikroskopisch aussieht. Im Prinzip ist das ja nicht Material wegnehmen, sondern ist ja Material verdrängen. Und das baut sich halt neben dem Kratzer auf. Ist klar. Aber ich halte dagegen, das ist nur dann sichtbar, wenn man wirklich extrem nah rangeht, weil glücklicherweise ist das mit dem Bump-Effekt hier durch Interpolation nämlich schon sehr ähnlich. genau, ja. Ich meine, anisotrophische Renderer sind ja im Prinzip genau das Gleiche. Wir können es ja mal probieren. Also ich, oder so. Ah, okay. Ja, ich bin ja noch morgen auch noch da. Und heute Abend beim Essen? Alle? Heute Abend alle beim Essen oder nur die, nur die den Talk gehalten haben? Ich bin heute auch noch den ganzen restlichen Tag da. Ich glaube, jetzt muss ich mich aber langsam mal ein bisschen beeilen, sonst habe ich jetzt die ganze Zeit verblendet. Ich bin bei Shader immer so der Spaß verderber, das ist mir klar, weil die meisten Leute gehen so hin von wegen, ja, ich drehe so lange eine Regler, bis es gut ausschaut und dann ist das Ziel erreicht. Aber ich würde sagen, also grundsätzlich würde ich der Behauptung widersprechen, dass es so physikalisch korrekter ist, als das Ganze per Roughness zu machen. Es schaut besser aus, klar, aber Bump Maps sind eigentlich immer so ein kleiner Hack. Also theoretisch, ja, eigentlich korrektär wäre das Ganze über den Roughness zu machen. Wenn es so besser ausschaut, klar, in der Praxis soll es jeder machen, wie er mag, aber die Behauptung ist es physikalisch korrekter und... Es sieht korrekt, ich sage mal so, es ist natürlich richtig, der Punkt, dass es nicht wirklich physikalisch korrekter ist, weil die Bump Maps selbst ist ja schon nicht physikalisch korrekt. Eine Normal Map wäre vielleicht noch besser, aber nur eine, die man auch tatsächlich gemessen hat. Also sprich, eine, die man rekonstruiert hat von Fotos. Aber... Ja, allgemein, diese ganzen Tricks mit dem Spiel an meiner Oberfläche normale Raum, das ist alles irgendwie... Ja, na klar. Aber wir haben halt nicht unendlich viel Rechenressourcen, um die Oberfläche tatsächlich zu displacen. Und bei dem Mix-Shader würde ich wirklich sagen, Frey-Nail-Node verwenden. Diese Standard-Einstellung, das ist irgendwie... Welchen Shader? Äh, Frey-Nail-Node für den Faktor bei der Mischung. Ja. Ist wahrscheinlich die bessere Variante, ja. Ja, wir sind behaupten gegangen, dass es physikalisch korrekter ist. Also... Das mag man jetzt auch scheinbar. An den normalen hier, an den normalen Eingang was zu machen, ist immer eine Fixerei. Mhm. Das ist richtig, ja. Ich kann übrigens sogar erklären, wie der Roughness... Nee, der Unterschied ist der. Also der Roughness, der Glossy-Shader mit diesem Roughness-Regler basiert auf Messung. Das heißt also, der ganze Shader ist konstruiert worden mit ein paar Konstanten, um die Roughness korrekt anzustellen, nachdem, glaube ich, gemessen worden ist durch diffuses Glas durch. Das heißt, es ist eine Lichtquelle mit einer definierten Größe hinter einem Glas gepackt worden in definierten Abständen und die ist dann Stück für Stück größer beziehungsweise heller gemacht worden oder, na, ich glaube, das Glas ist ersetzt worden durch unterschiedliche Rauheitsstufen und es ist dann eben fotografiert worden, genau abgemessen, wie groß die jeweiligen Roughness-Sachen waren und dann ist daraus im Prinzip dieser Algorithmus gegossen worden. Ja, genau so was. Das heißt also, eigentlich basiert der Roughness-Slider eigentlich bereits auf physikalischen Messwerten. Weil die nur, weil die nicht tatsächlich die Oberfläche verformen, sondern nur mit ein bisschen Trickserei das Shading verändern, sodass es aussieht als ob. Das heißt also, es basiert nicht wirklich auf physikalisch gemessenem Input, sondern es basiert nur auf unserem ästhetischen Sinn. Nimm noch mal. Ja. Genau, ja, es wird einfach falsch berechnet, ja. Ich würde es an der Stelle dann gerne dabei belassen, weil wir haben ja noch andere Fragen, weil wir haben jetzt nur noch 10 Minuten. Vielleicht, falls du noch irgendwie kurz was sagen möchtest oder was ergänzen, noch ganz kurz. Also, ich würde einfach nur allen empfehlen, die gerne irgendwie versuchen wollen, zumindest realistisch aussehende Materialien zu basteln, einfach gut beobachten und versuchen tatsächlich die Oberflächenstruktur zumindest auf dem, was man noch gerade so erkennen kann bei den Augen nachzubilden. Aber natürlich bei so Sachen wie anisotrophischen Effekten und sowas ist das auf mikroskopischer Ebene, das kann man mit den Augen einfach nicht mehr erkennen. Aber ich würde zum Beispiel auch sagen, wenn man selbst irgendwelche makroskopischen Materialien hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Wand oder sowas, kann man ja mal versuchen, oder sagen wir mal hier dieses gestrichene Holz, weil da ist eine schöne Oberflächenstruktur sichtbar, da kann man vielleicht auch einfach mal versuchen, den physikalischen Entstehungsprozess davon nachzuvollziehen. Irgendjemand ist dort mit dem Pinsel drüber gegangen und hat meistens diese Bewegung gemacht. Dementsprechend hat die getrocknete Farbe auch meistens vertikale Streifen. Und wenn man einfach versucht, ein bisschen sich einzufühlen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen halbesoterisch in das Material, dann kriegt man wahrscheinlich relativ schnell was hin, was zwar auf kleinerer Ebene korrekt ist, aber wenn man weiter weg geht, sieht es auch noch gut aus. Meistens ist es so, dass man es irgendwie macht aus einer weiten Entfernung heraus und dann geht man da ran und stellt fest, irgendwie ist da kein Neues mehr drin. Beziehungsweise keine weitere Struktur, wenn man die irgendwie auf einer anderen Ebene gefakt hat. und ich habe da auch so eine Überlegung bei mir und zwar habe ich auch überlegt, ob ich nicht vielleicht das als Talk nehmen soll und zwar visuell stabiles Rauschen. Visuell stabil in dem Sinne. Können wir das so... Beta? Das wäre echt klasse, dass ich die zwei Fragen noch stellen kann. Achso, ja, na klar. Ansonsten räume ich einfach das Feld. Dann könnten wir auch gerne einsteigen in irgendwelche Grundlagen-Diskussionen. Also, die Frage ist für mich, ist jemand im Blender-Network von dieser Gruppe? Okay, das sind ungefähr fünf. Entschuldigung, fünf, sechs. Habt ihr schon in Aufträgen zusammengearbeitet? Wie findet ihr euch oder spielt ihr euch die Aufträge so ein bisschen zu, wenn ihr irgendwo an Grenzen kommt, fragt ihr euch gegenseitig, arbeitet ihr zusammen so oder alles Einzelkämpfer? Okay. Das heißt, es funktioniert für dich? Achso, danke. Ich habe schon häufiger Aufträge vom Zacharias abgekriegt. Ah, danke dir. Okay. Das heißt... Okay, danke. Gut, okay. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach sein, hier. Und zwar, ich interessiere mich für generative Geometrie und Meshing von Punktwolken und Volumensystemen. Und irgendwie fällt es mir relativ schwer, ins Voxel-System vom Blender reinzuhacken. Ich wollte nur fragen, ob sich von euch da jemand auskennt vielleicht. Ich würde dem zum Beispiel gern ISO-Flächen von Voxeln erzeugen und solche Sachen, was ja eigentlich im Prinzip schon drin ist. Gut, also bin ich zumindest nicht alleine. Ich würde auch gern mitbasteln, also wenn ich weiß, an wen ich mich wenden kann, dann drehe ich mich auch gern ein. Dann ist der Developer IHC, Kevin Wittling. Äh, nennt sich der. Okay. Da ist auch ein Bugtracker drin unter developer.blender.org. Einfach da nach Kevin Dietrich suchen. Der arbeitet gerade an dem OpenBDB, ja. Genau, und vor allem da gibt es ja Toolmashing auch mit drinnen. Und ja. Okay, wir haben noch sieben Minuten. Noch irgendwelche Fragen, andere Themen, irgendwas, was ihr noch kurz erwähnen wollt. Also, so wie ich es verstanden habe, seid ihr alle in Facebook und ihr findet euch dann gegenseitig irgendwie so oder ne, ich gehe immer zum Blender-Meeting in Nürnberg zum Beispiel. Ist jemand anders aus Nürnberg noch da? Ne? Aber wir sind ja, habe ich vorher schon getroffen. Es sind auch immer so 15, 20 Leute, also es ist eine ganze Menge jedes Monat. Ja, ich würde kurz mal eine Idee von mir vorstellen, um Feedback zu kriegen. Und zwar habe ich immer den Wunsch, eigentlich viel mehr noch zu lernen, artistic skills, technical skills und oft sind auf der Blender-Konferenz halt sehr spezielle Vorträge. Man guckt in die Projekte rein und kriegt auch was mit, aber es ist halt aus dem pädagogischen Sichtweise halt irgendwie immer ein bisschen zu much für mich oder schon zu basic. Ich bin schon ein bisschen weiter. Und deswegen habe ich mal überlegt, ob man mal eine Blender-School macht in Deutschland, wo man einfach fünf Tage hat. Am Tag 1 sind die absoluten Beginnersachen, am Tag 5 die absoluten Pro-Sachen und über einen webbasierten Einstufungstest kann jeder gucken, ab welchem Tag macht es für mich Sinn, da mitzumachen. Und dann kann man sich eben, wenn man Bock hat, einen Tag in die Kurse setzen oder zwei Tage in die Kurse setzen oder auch drei Tage, so dass man also genau da abgeholt wird, wo man gerade steht und dadurch also auch das Feedback kriegt und an der Situation das Maximale vom Lernen her mitnimmt. Und meine Frage ist, bin ich der Einzige, der Interesse daran hat oder gibt es noch, wer, der sich sowas vorstellen könnte, wenn in Deutschland eine Summer School mal veranstaltet wird, da mitzumachen? Wer hätte da Interesse? Okay, ich frage erstmal als Teilnehmer, wer hätte Interesse als Teilnehmer an der Summer School zu machen, wo man quasi ganz genau weiß, okay, hier kann ich genau an dem Punkt weitermachen, wo mein Wissen ist und kriege dann das Input von den Profis. Also ich habe da einen Profi-Speaker, also mal kurz Bescheid sagen. Okay, danke. Also die Idee ist erstmal nur in meinem Kopf, ich habe auch schon mit vielen Leuten darüber gesprochen. Wir haben jetzt ja ungefähr so 30% der Leute, die sich gemeldet haben. Ja, also ich möchte auch versuchen, dafür ein Funding zu bekommen, sodass wir dann maximal so 20 Euro vielleicht zahlen, damit ich, also ich möchte auch Schüler ansprechen, die dann vielleicht bei dem ersten oder zweiten Tag dabei sind und genau, also ich, wer Bock hat, das mit mir zu organisieren, das soll ich bei mir melden. Ja, okay. ja, Ja, ich weiß, was ich für sinnvoller jetzt mal so, was für Hülensspor und was, was ich noch ziemlich gehört habe, wenn du mehrgleitig wärst und dann tatsächlich die Leute, die anspruchsvoller sind, entsprechend vorerst und die Leute, die sich mit dem Fähig helfen wollen. Also wenn ich jetzt als völliger Niohbi da reinkomme, dann bin ich nicht auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also du als, als absoluter Anfänger, du würdest nur den ersten Tag mitmachen und ich sag mal, jemand wie jetzt der Daniel, der würde wahrscheinlich nur am fünften Tag mitmachen, aber da würde er dann zu einem Kurs gehen vom Herrn Wille-Lebensson zum Beispiel, ja. Naja, aber durch diesen vorgelagerten Einstufungstest, wo wir einfach so Checkfragen abfragen, kannst du dann so ein Gefühl dafür kriegen, wie gut bist du schon, was für Themen hast du schon mal gehört und wo bist du schon mit Basiswissen versehen, sodass du, sodass wir die Gruppen, die wir dann bekommen, das finden dann vielleicht parallel drei, vier Sessions statt, dass die sehr homogen sind, nicht, dass da wie jetzt hier sitzen ja Leute drin, die sind schon unglaublich weit und es sind auch Leute drin, die sind noch nicht so weit, deswegen kann der Speaker nicht für alle das richtig Geile machen, weil er auf jeden irgendwie ein bisschen eingehen muss und das möchte ich da dann halt versuchen vorzusortieren. Genau, man hatte mehrere Sessions und du hast auch eben mehrere Tage, in denen du dich beteiligst und es war hier, glaube ich, eine Frage zu machen. Okay, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel hinfahre und den ganzen Tag erlerne, da habe ich jetzt zum Beispiel nicht so wirklich viel gelernt, wenn ich jetzt acht Stunden dort sitzen muss. Es wäre besser, wenn das auf die Woche aufgeteilt ist und auf Einheiten, damit ich zum Beispiel das Lernen selber ausprobiere und dann am nächsten Tag komme, okay, das habe ich gelernt und da habe ich die Fragen dazu. Ja, aber das Blöde ist, wenn ich ein Anfänger bin, komme ich am Montag. Rest der Woche ist nicht für mich und ich lerne alles am Montag. Dann probiere ich selber aus, habe dann Fragen. Ja, ja. Das machen wir, ja. Ich wollte auch nur mal so ein Gefühl von euch bekommen, deswegen vielen Dank für eure Beteiligung. Eine kurze Anmerkung von mir noch, keine Sorge, keine Grundsatzdiskussion wieder. Falls irgendwer Interesse hätte, Cycles, Features ausprobieren, irgendwelche Bastelsachen und kein Problem damit, hat ein Blender auch mal abstürzt. Ich hätte auf Blender Artist ein Testbild, wäre cool, wenn das irgendwelche Leute ausprobieren könnten. Vor allem so Sachen wie IES-Lite oder irgendwelche Tone-Mapping-Sachen. Einfach, falls irgendwer mag, mal drüber schauen. Im Titel steht 274, es ist aber inzwischen 276.